Moin Leute Herzlich Willkommen zu einem neuen Video Ich bin's mal wieder euer Pet und heute spielen wir mal wieder The Crew 2 Ein Street Race mit dem schon wohl wird irgendwas Keine Ahnung wie da ist Da geht's jetzt direkt los 3 Ich glaub die müssen ja eigentlich noch kaufziehen 1 So Jetzt geht's Wie hören die alle solche Rolltimer Oh Ich komm mit dem Auto Die kommen mit Rolltimer Ok Ich glaube so richtig schlicht Ja genau Mhm Stimmt ok Genau Ja Wir sind dafür aber echt lamschen Was für eine scheiß Bodenstrecke hilft das Ok Jetzt sind wir schon mal wer Dritter Ja Ich komm mit dem Ab Erster Ich wusste du schaffst das So Hier sind der Erster Ganz locker Das ist eigentlich gar nicht schwer Bis wir Keine Ahnung wie wir so weit hinten sind Ich hab' die erste Röne geschaffen Ja ich hab' die erste Röne geschaffen Ich hab' die erste Röne geschaffen Ich kann da gar nicht mehr hinterlassen Ach die Kunde eigentlich nicht mehr Ich hab' die erste Röne geschaffen snip ...Stirma So leid So weis Quasi So leid Das ist eigentlich voll nice. So, jetzt haben wir hier um die Krone. Wechsel auf die Verblendung schon. Wo ist mein Checkpoint mitgenommen? Ach, ich... Ok, ok, ok. Meine, ich bremste doch schon. Wie bekomme ich die Krone nicht? Der Auto hat ein paar, der in sich sah. Ganz locker. Ja, das war ziemlich leicht durchsagen. Und somit will ich auch damit direkt auch wieder sagen. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!